Sag mal, Judith, willst du jetzt mit in den Baumarkt oder nicht? Hatte ich eigentlich vor. Warum? Wir fahren nach Königsbrunnen, Konstantin beim Umzug helfen. Also, wenn du willst, können wir dich unterwegs rausschmeißen. Kommst du hier alleine klar? Wieso? Was ist los? Ach, nichts. Alles okay. Zum Baumarkt könnte ich auch später noch. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Du gehst. Also, ich brauche echt keine Hilfe. Also, geh schon. Aber wenn, dann würdest du es sagen? Ja, klar. Auf jeden Fall. Viel Spaß, ja? Tschüss. Tschüss. Vorsicht! Ich weiß, ich wiederhole mich und ich hasse es, mich zu wiederholen. Aber was Sie hier tun, meine Herren, ist eindeutig Sache des Personals. Die Tür. Bitte. Na los, machen Sie schon. Unter Protest, meine Herren. Nur unter Protest. Herr Mann? Ja? Bitte sehr. Danke. Danke. Der ist für mich. Schönen Tag, Mann. Danke, tschüss. Oh, rote Rosen zum Frühstück. Wie kitsch. Ja, ich meine, romantisch. Und wem stimmt die? Von Olli? Von Olli? Von Olli? Von dir. Für dich. Machst du sowas öfter? Was denn los? Falsche Farbe? Heute vor einem Jahr habe ich, ja, habe ich Sarah geheiratet. Und ich habe mir vorgenommen, ihr zu jedem Hochzeitstag rote Rosen zu schenken. Was habe ich jetzt davon? Ich habe vergessen, den scheiß Dauerauftrag zu stornieren. Und es lenkt sich fast wie von allein. Bis zum nächsten Mal.